Eine besondere Begrüßung. Willkommen zurück bei TTT. Da extra zu Halli gesagt. Hallo unser Meils Zuschauer. Guck mal, Udado begrüßt deine Zuschauer nie. So ein arrogantes Stück Scheiße. Nur die von anderen. Das ist frech. Das sind Schnecken halt. Das sind Schnecken halt. Und niemand denkt an Delay. Hallo Delays Zuschauer. Oh, ich lagge. Hallo Manus Zuschauer. Dario hat er jetzt. Jetzt verstehe ich ihn. Das wäre mir aber neu. Warum grüßt ihr nicht meine Zuschauer? Ja, weil du auch da bist. Ich habe noch Ton auf dem linken Ohr. Warum? Ich habe gerade einen Headshot gegeben. Mein Headset. Nein, hör auf. Mein Headshot. Mein Headshot. Okay, dann ertrage ich ihn. Wer hat einen Headshot gemacht? Wenn ich mal ganz dezent diese Frage in den Raum werfen darf. Was? Wer? Was? Das habe ich genau gesehen. Ich als Detective habe genau gesehen, was du da gerade getan hast. Ist irgendwas explodiert? Schön. Nein, Granate. Du hast einen Vogel. Kommen die abschießen? Ja, kann man. Das habe ich noch probiert. Ne, die bluten dann nur. Die fallen ja nicht runter. Zombie schießt. Zombie schießt. Auf den Vogel. Wolltest du nur sagen. War ein Trick. Genau, Holli. Er schießt. Er schießt. Hallo. Aus dem Vogel. So voll der Fehler. Das war ein Trick. Hier. Ja echt. Oh warte, warte, Tune 60. Weg, man. Yeah. Weg, man! Ich habe Angst. Wo bist denn hier? Hallo, bitte nicht schwöre. Hallo, wie gehts? Hallo, wie geht's? Ich behalte hier oben alles im Blick. Oh Gott, ich hab Schaden bekommen. Das ist ein Shotgun, das macht mir ein bisschen Angst, aber ansonsten... Ich hüpfe auf meinen Kopf! Oh Gott, hallo! Wer ist denn da? Oh, ich bin der Nachbar. Entschuldigung, ich mach ne Kurve. Achtung, die Kurve. Wer ist da, der Detective? Hallo, guck, ich schenke die Audition, Manu. Oh Gott, da ist TNT! TNT, genau! Das ist rot! Das ist rot! Ich hab jetzt echt überhaupt gar keine Munition mehr in meiner Tür. Also Osa kommt einfach aufm Fahrstuhl. Geht weg von mir! Ist Osa wieder runtergefahren? Ja. Okay. Jemand hat ne Bombe gelegt, im Fahrstuhl wahrscheinlich. Ja, die Lay ist nicht mehr da. Hä, ich bin doch im Turm. Ich bin ganz unten, ich muss nicht gewesen sein. Ich hab doch gesagt, dass ich runtergegangen wäre, weil wir zu viele Leute da sind. Geh da weg! Ja, okay. Leute, ich hab keine Waffe. Es ist Zombie! Oh, Zombie ist es. Ich hab ihn verdächtigt. Ich hab nur ne Rifle. Ich kann euch eigentlich vertrauen, Leute. Wo ist ein Zombie? Okay. Der schießt mit der Schrotflinte! Also Zombie dürfte töten. Das ist schon ein Display. Wusstet ihr das? Wie laut! Ah! Ach, Ursept. Manu hatte doch gesagt, dass da oben ne Bombe ist. Wieso sitzt du oben am Turm, Ursept? Ich glaub der hat das nicht so ganz verstanden. Ja gut, meine lieben Traitor. Lienchens und Leinchens. Ihr versteht zwar nicht, wie da gerade ein gewisser Herr H gestorben ist. Aber, ich denke, wir sind alleine. In einer wunderbaren Welt. Vor nicht allzu langer Zeit. Da war nämlich ne Biene nicht bekannt. Wollt ihr nicht brüllen? Die war ja. Nee, die könnte man nicht. Die könnte man nicht. Denn dieser Traitor, die ich meine, der gewahrende Zombie. Du bist doch noch Detective, du alter, ne? Ja, der hat die Megatools, der macht das jetzt fertig. Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber sonst geht's mir ganz gut. Oh, ich hab ne leichte Panikertank. Gut, also Star-Höder, mein Traitor, gut zu wissen. Hä, nein. Quatsch, Manuel. Quatsch. Quatsch mit Soze? Ist das mit Soze? Mit Soze, auch. Wenn du leckerst, ne? Von Mama. Ja. Von Wabbel. Wabba? Wörtherich? Wörtherich. 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 Der kommt. Ich warte nur auf euch. Der rutschende Reifen hat mich gerade erschreckt. Mann, ich wollte mich gerade wegporten. Dann trifft er mich. Da wolltest du dich gerade wegporten, du Schlingel. Wormbek, komm mal angerollt. Wormbek. 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 Wo wolltest du denn dann hin? Mein Lieblingsreifen, ja. Direkt für dich. Ich wollte einfach mal den Port nutzen. Ganz einfach. Ja. Sei frei. Aber Manu, du hättest doch direkt hinter ihm gestanden in dem Fall, oder? Oh, wohin geht der Potter? Nee, nee, ich war ja oben. Also ich wär dann, ähm... Oh Gott, wie beschreibt man den Ort? Ich roll unter dem Wasser weiter unter oben. Ja, da halt, unter der Treppe. Ja, Treppe, kann man das Treppe nennen. Auf, Aufgang nach oben. Aufgang. Aufgang. Aufgang, könnte man sogar so nennen. Habe ich denn wenigstens vorhin Schaden gemacht, Soundbay? Ja, 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 du hast mir Schaden gemacht. Äh, wohin ist denn Holly gestorben? Doch, beide. Ja, aber ich... Da aus, als wenn da eine Shotgun gewesen wäre. Aber das war ein... War ein Sniper. Hä? Das sah aus, als wenn einer Holly mit einer Shotgun weggeballert hätte. Dann würde ich mir eine bessere Kaffee holen. Also woran siehst du denn, ob das eine Shotgun war oder nicht von außen? Ja, es sah einfach so aus. Weiß nicht, dieser Schuss sah einfach so aus. So, sah einfach so aus. Mhm, natürlich, Manu. Genau, da hast du übrigens... Die Tanks darf surfen. Auf der surfendentür. Ich schmeiß die Möwe mit dem Stein ab. Wer ist Detective? Ja, ich bin Detective. Ich hab von irgendwas Schaden bekommen. Oh, was möchtest du? Normalerweise würde ich den Detective jetzt anballern, um zu proven, dass ich proven bin. Proven, aber bei dem mach ich das lieber nicht. Hä? Tötet? Was ist das denn, ich würde dich sowas von töten? Nö. Ich wollt grad Leute mit Kuh machen. Achja? Alter, was für den Riesenstein. Meiner. Meiner. Ah. Lol. Rafflecopter. League of Legends. Hier noch eine Granate, die dir weh tut. Was habt ihr hier gemacht? Oh, eine Waffe. Oh, eine Waffe. Ist hier irgendwer gestorben? Nee. Oh, dann bist du gestorben. Jetzt haben wir jetzt noch. Jetzt haben wir jetzt noch. Ein, unverkennbar. Der, der Klang des Lebens. Dario, guck mal. Ja. Hier, hinter dir. Hier unten, guck mal. Oh, Fahrrad. Mach mal, mach mal Magie. Ui. Da schießt was, da ist ein Turret, da ist ein Turret irgendwo. Ich gucke, ich hab ihn eh fast tot. Da ist ein Turret. Da ist ein Turret. Da ist ein Turret. Ich geh auch mal in die Nähe, aber der ist ja normalerweise nicht so krass. Irgendwo hier hinten war das. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Die ziehen ordentlich lebt im Haus. Geh nicht hinter mich, ich geh nicht hinter mich. Autosniper, das klingt nach Zombie. Hä? Ich hab ihn grad, ich bin nicht Sending. Nein, wir haben stattgesehen. Ich glaube, er sagt, dass es Osaft ist. Osaft ist die ganze Zeit so still. Osaft, was machst du? Ja, wo ist es? Manu? Ja, Osaft. Manu? Ich verdächtige Manu über direkt bei der Auto-Sentry. Leute, entweder... Wo war die Sending? Ich weiß nicht mal, wo die war. Auf wir sollen schießen. Ostend war ich einer, der erst, der gesagt hat, hier ist ein Sentry. Entweder Osaft ist tot, oder er ist Frater. Habt ihr gehört? Ihr dürft Osaft töten. Manu, Hilfe. Holly, such Osaft. Wo war die Sending? Wo war die Sending? Osaft töten? Ja, Osaft töten, wenn ihr ihn seht. Osaft töten. Ja, Osaft töten. Ich denke nicht, dass Osaft noch lebt. Ja, weiß ich nicht. Osa... Bist du das Mordauer gewesen? Ich bin Detektiv. Ja, ich war das. Ich denke, oder war das vielleicht für die Sentry? Nein, das war nicht der Schuss. Ich hab mir diesem Schuss die Sentry umgeschossen. Wo stand ihr denn? Die stand in dem kleinen Häuschen. Unterschlägst du etwa Beweise für die Ermittlung? Ich verdächtige Manu. Ja, ich bin's aber nicht. Ich verdächtige Zorn. Oh, da oben, da oben, da oben, da oben. Auf dem Turm, auf dem Turm, glaub ich. Äh, da ist Manu gerade. Da ist Osaft, da oben ist Osaft. Ja, aber musst du zielen, Mordado. Ich hab aber ne Shotgun nur. Ich hab nur ne Shotgun. Ich kann ihn nicht töten. Warte, warte, ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. 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 Also eventuell... Osaft und... Somebody? Ich schieß auf Osaft. Nein! Zeig dich, Osaft. Zeig dich, Osaft. Boah, okay. Nein! Jetzt! Zu weh! Alter, die Autosniper ist nach wie vor richtig OP, ne? Ja, auf so ner Map, wo man halt snipern kann. Also, ich würd sagen, sollten wir wieder nicht benutzen. Okay, Osaft, ich komm jetzt hoch. Oh, bitte nicht, Holdi. Ich komm jetzt hoch, Osaft. Oh nein! Sag nicht, dass ich der Letzte bin. Doch! Mit einem tausend Leben. Was ist das denn hier? Ähm... Hä? Ich hab das doch... Oh, ich hab das falsche... Ich komm jetzt auf die Melonen-Rakete für Mordado. Ja, das lohnt sich. Okay, okay, okay. Wo bist du, Mordado, AP? Zeig dich! Wo bist du, Osaft? Ich hab ehrlich gesagt Angst. Können wir nicht irgendwie bei T-Shop spielen und derjenige, der gewinnt darf, den anderen töten? Oh mein Gott. Schieß! Nein! Wo bist du? Ich seh dich nicht. Da hinten. Meine Melone ist leer. Die hat leer gepupst. Warte, ich töte dich jetzt mit der Pistole, Mordado. No Scope, okay? Oh, Mann. Ja, Mordado. Gut verdächtigt. Sehr gut. Und dann schreibe ich Holly und du reagierst nicht drauf. Hä? Da warst du eh zu spät, waren alle tot. Alter, aber die, der wie komisch ich dich getroffen hab. Ja, das war... Ich war einfach weg. Ich hab mich instant gekillt mit der Waffe. Aus nichts. Ja, ja. Ja, Headshot halt. Ich hab aber nur auf deinen Kopf, äh, auf deinen Körper gezielt. Ich hab einfach nur... Ja, hä? Vielleicht hat die Waffe verzogen. Die Waffe hat wahrscheinlich verzogen und hat den Kopf getroffen. War das denn dann der Schuss, den ich gehört hab, oder war das echt die Sentry? Ne, ne, die... Ich hab am Anfang nicht geschossen. Ne, ne, der Schuss kam später. Ich hab nur einen Schuss gehört. Das war ich, wie gesagt. Ich hab die Sentry umgeschossen. Hast du auch ne Sentry aufgestellt, Ursaft? Ja, ja. Oh. Einer ist aber direkt vom Dach gekippt. Ja, genau. Sehr gut. Unplatziert. Du kennst noch nicht. Brenn in der Hölle. Richtig schweiße. Schweiße. Brenn in der Hölle direkt. Ich hab ne Inzi-Din-Zi geworfen. Jaja. Ja, ja. Pass noch besser auf. Gibt es in diesem Spiel Munition für die Huge? Ich find keine Muni für die Huge. Wer benutzt denn die Huge? Nein, gibt's nicht. Welches Opfer? Die Huge ist mein Leben. Ach, ist das so. Jetzt auf einmal, ne? Jemand wurde getötet. Jemand wurde getötet. Jemand wurde getötet. Ich bin nicht der Zombie. Wo denn? Dann ist Mordado tot wahrscheinlich von Ursaft oder so. Nein. Äh, ne, ich bin oben gewesen. Ich hab jemanden sterben gehört. Wieso von Ursaft? Ja, ich hab nichts gehört. Und warum Ursaft? Weiß ich nicht. Ursaft hat so gesungen. Und wenn Ursaft singt, tötet er auch. Zombie ist Detective. Wow. Das ist ein richtig geiler Detective. Der hat gesungen. Ich glaube, er war es. Ja, es muss Mordado sein. Der redet nicht mehr, oder? Mordado ist doch erheblich gestorben. Ja, mein ich ja. Ok. Wo ist die Leiche? Hier unten in dem Haus. Ist die Leiche? Im Leuchtturm unten. Achso. Was war denn der Todesbruch? Okay, Holly war gerade an dem Haus. Ja, ich hab mich versteckt. Guckt das mal was der Todesbruch ist. Guckt's doch mal was der Todespurte ist. So guck' auch mal was der Todesbruch ist. Also es war ne MP, ich glaube ich. Hinter dem Haus war gerade einer mit ne MP. 親jig.... Ah! Manu! Manu. Okay, Manu. Oh, ist doch lustig. Warum ist hier Blut? Ich hab Angst. Hey, willst du gegen die Jutsch kämpfen? Hey, willst du gegen die Jutsch kämpfen? Hi. Hab ihn getötet. Oh ne! Geh weg! Okay, geh weg. Hä, du warst bei mir doch um die Ecke. Warum waren die jetzt auf einmal? Wo sagst du warst bei mir um die Ecke und ich sterb einfach. Du standest genau da. Nein, bei mir bist du einfach da hinten gestanden und ich bin umgefallen. Kauf dir besseres Internet. Ja, Pinkplayer sag ich da. Ich war da, wo du mich noch nicht gesehen hast. Wie sagt Manu, mich nicht getötet? Hä, weil ich gerade im Shop war. Ich war im Shop, hab was geholt und dann war anscheinend Dario auch noch in dir. Ich kam von der anderen Seite. Er hat den Rodardo getötet. Ich, am Anfang direkt. Manu, Manu und wer noch? O-Saft. Ich. Vor allem, ich sag da noch, warum denn O-Saft. Und ich wusste doch gar nicht, dass der Traitor ist. Also ich wusste überhaupt nicht, wer mein Partner ist. Ich wollte einfach mal Inno Gelaber mit reinbringen. Das war doch gar nicht deine Art, Mann. So was sag ich immer, Alter, was ist los? Immer, immer. Ja, aber doch nicht zu deinem Traitor-Kollegen. Vollwitz. Komm. Schieb's runter, schieb's runter. Okay, pass auf, warte. Welcome to Jackass. Let's go. To Jackass? Kann ich irgendwie was in die nehmen, um dich zu schubsen? Oh, Jekpo. Komm schon, komm schon, komm schon. Warte, ich muss irgendeinen Fass holen. Ich bin sofort wieder da. Holly, halt dich durch. Ich werde dich gleich sowas von wegkatapultieren. Das hast du noch nicht gesehen. Moment mal, mit der Melonenlaufe. Nein, nein, nein. Warte mal, was für ein Fass? Das ist ein Fass, das exkludiert. Bitte was? Nein. Oh Mann, ich wollte dich anschieben jetzt. Achso, jetzt hast du es kaputt gemacht, Mann. Du bist rausgesprungen. Ja, weil du guten Fass auf mich bist. Okay, warte, warte, warte. Ich genieße die Aussicht auf die hohe See. Du hast mich schaden gemacht, bist du drin? Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist die Magnete? Hallo. Hallo, guck mal. Nee, nee, will ich nicht. Du kannst sie halt nur rumschubsen und nicht auf... Hallo, hallo. Das geht nicht, verdammt. Ich versuch's hier umzulegen, warte. Also ich glaube... Okay. Mordado muss eigentlich Traitor sein, denn wer... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, ja, bin drin, bin drin. Ah! Ja! Was? Ich hab Polly getötet. Ich hab Polly getötet, Leute. Dich töd ich sofort. Dann untersuch ihn. Ja, er ist im Wasser. Stört man denn? Der wird weg teleportiert. Hast du dich hier runter... Nee, du bist runterge... Ich kann da nicht hingehen. Ich hab Angst, dass ich nicht sterbe. Wo denn? Hier liegt die Schubkarre. Oh, auf mich wurde geschossen. Ich wollte ihn gar nicht so weit. Es war ein Sniper. Hallo. Da oben sind wir. Okay. Siehst du die Leiche? Hey, hallo. Oh, okay. Mach da, du bitte verdächtigst du mich jede Runde. Was ist los mit dir? Hä? Ich trau mich nicht. Immer Zombies. Immer Zombies. Hä? Ich hab nicht einmal Zombies gehört. Sorry, Holly. Sorry, Holly. Ich wusste, dass Manus nicht sein konnte. Die Leiche sucht anscheinend was. Warum ist Holly der Traitor tot? Dann bleibt nur du übrig. Ich hab Holly ins Wasser geschubst. Er war Traitor. So, seine Leiche wurde hier auch teleportiert. Ja gut. Ach, Zombies Detective. Warte, ich schieß den an. Dann bin ich... Okay, ich schieß zurück. Ich schieß zurück. Ich bin... Ich bin... Zombie. Ich hab Holly geteilt. Ich bin sicher. Ich bin safe. Ich bin safe. Heil mich. Heil mich. Niemals. Der hat mich erschlagen. Da oben schießt einer. Der ist bei dem Haus. Der ist bei dem Haus drin. Ich bin gleich bestimmt tot. Ich bin gleich bestimmt tot. Oben im Haus. Das ist Osaft. Das war Osaft, glaub ich. Osaft oder Maudardo? Achso. Ihr könnt reden. Wir wissen, dass er existiert. Maudardo ist tot, Leute. Maudardo ist tot. Gott ist tot. Ich hab ihn vernichtet. Warum? Oh, hier sei jetzt noch hier. Und dich vernicht' ich nicht. Hab ihn. Und dich vernicht' ich nicht. Oh. So. Okay, Zombie. Ja, ja, ja. So kann's gehen. Nimmst du eigentlich auf? Lele? Ja. Deswegen dachte ich, komm, ich schüttel dich nicht. Musstest du das verhindern? Ja. Du hättest mich ruhig töten können. Ach nein, ich wollte sehen, was passiert. Ja, hab ich doch. Ich hab meine Leiche angezündet. Haha. Und einen damit zu schubsen kann. Oh. Der stand oben auf dem Geländer, guck mal. Wenn du hochguckst. Ich hab nur ne Feuergranate geworfen. Da hab ich dich getroffen. Leck. Ne, war ne Discombo. Ja, ich hab beides geworfen. Komm schon, komm schon. Heiligblut. Erhoff, erhoff. Aus der anderen Welt. Aus der anderen Dimension ist mit Blut übergetreten. Geschwappt. Ja, geschwommen. Geschwappt. Ja, ich hab Manus Lieblings-Counter-Strike-Waffe. Was ist die wäre? Mach mir alle ne Autosniper. Ach, die auch. Mach die da. Mach die da. Schweine. Ich bin die Tech-Deal, fährt damit auf. Mach mehr Angst. Ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab immer noch keine Waffe. Geschrocken. Okay, ich beschütze dich, Zombie, mit meiner Jutsch. Kannst du mich auch beschützen? Wieso willst du ein Fenster beschützen? Hier liegt kein Z4. Hier liegt kein Z4. Ah, geil. Alter, warum seid ihr da allerlei im Ort? Hier liegt kein Z4, Leute. Hier liegt kein Z4, Leute. Hier liegt kein Z4. Keine Angst. Hier auch noch nicht. Du bist doch vertraut zu dich, heute. Noch nichts. Rado, wir müssen den Kamin verstecken. Ja, ja. Wir vercampen den Kamin. Was geht hier ab? Da haben wir nicht eingeladen gewesen? Da haben wir nicht. Was macht ihr da? Was macht der da? Was soll das? Macht der da? Halli ist gefährlich. Halli hat's gemacht. Er hat nen Eimer. Der ist bewaffnet. Hä, du hast den Eimer, Zombie, oder? Was macht der da? Ja, aber Halli ist bewaffnet. Ja, aber Halli ist bewaffnet. Ja, aber du hast nen Eimer. Weißt, einer hat so nen Eimer. Alle rasten aus auf ne Waffe. Bitte lasst nach. Oh, komm, 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 komm. Hast du den Weihnachtsmann umgebracht? Ich geh hier mal lieber weg. Das ist mir zu richtig. Das ist der Weihnachtsmann. Du hast 86 Leben. Wer von euch schießt da so rum? Okay, davor warst du voll. Ja, hast du mir den Kopf geschossen? Ach, Darius Detektor. Der war eigentlich in den Rücken. Willst du mich stun Gunnen? Oh nein, wir hängen hintereinander. Bitte, bitte es gehen für mich. Hau ab. Ich hänge den Osaph. Oben ist jemand gestorben, Dario. Komm hoch. Du blöckst mich in der Falle. Hä, was passiert da oben? Osaph, Osaph hat ihn umgebracht. Warte, 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 warte. Osaph, für den Osaph. Osaph, 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 Osaph. Osaph, 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 Osaph. Ist Eno, ist Eno, ist Eno. Der was? Wow! Leute. Ich hab einen vollen Stunt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab ihn getötet, ja. Okay, okay, okay. Ja, er war Traitor, offensichtlich. Wer lebt denn jetzt auch? Da hinten. Der ist direkt um die Ecke, ne? Pass auf. So, ich lebe auch noch. Hi. Hä? Wer ist das? Ja, ich bin's. Ich hab ne Skyselgold. Das ist kein Name. Haha. Das ist Holly. Guck, Holly war Traitor. Ja, ich weiß. Ja, genau. Mann, ey. Boah, du warst schon unglaubwürdig. Holly Sonnenopfer. Komm her, Tobi. Tobi, hört mal stehen. Ich will ich's dann. Das geht nachher ohne. Ja, Mann. Ey. Das geht doch. Boah, guck dir mal die Wand an. Wie schön die ist. Das ist echt wunderbar. Fünn gemalt. Boah. Bisschen rumgewackelt. Alter, das ist moderne Kunst. Ich will's doch rum. Ich will's doch rum. Ich will's doch rum. Ich will's doch rum. Alter. Alter. Mordado. 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 Der hat nen Schlaganfall. Wo ist er? Lauf rüber. Lauf rüber. Lauf rüber. Stolgedämpften Mikrofon-Umrandungen. Ah. Ja, Mordado bin ich wieder Traitor? Wie heißt denn in diesem Umrandungen? Ja, da du ist Traitor. Bin ich wieder Traitor, Mordado? Ja. Achso, ich hab Manuel verstanden. Traitor. Du bist denk ich wieder Traitor. Ja, das sieht so aus. Sag mal, das ist wirklich Traitor. Ich hab so ein Gefühl. Ja, ich bin nur. Das ist also ein Gefühl. Komm mal mit mir. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Da. Guck dir mal den Typen an. Guck dir mal den Typen an. Nein, ich hab das Gefühl ich bin nur. Dario. 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 Was liegt auf dem Herzen? Willst du einen Headshot haben? Ich bin auf dem Turm. Warte, ich guck dir. Wie so ein Drobendealer. Ja, hallo. Willst du einen Headshot? Komm, komm. 1 Gramm nur Öl. Oh Gott. Da ist jemand runtergefallen. Osaf hat ihn runtergeschubst. Osaf hat ihn runtergeschubst. Osaf hat ihn runtergeschubst. Überprüft ihn. Der war innocent. Okay, dann spring ich auch. Dann spring, spring. Ich, 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 weil du ihn runtergeschubst hast. Dann ist auch ein Traitor. Nein. Gut, ich versteh gar nicht. Hier ist ein Mailgun. Hier ist ein Mailgun. Hier ist ein Mailgun. Hier ist ein Mailgun. Hey, 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 hey. Nein, 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 nein. Ist Holli bei mir nur fünfmal so laut wie üblich? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Leute, wenn ich übersteuere, sag das Bescheid. Achso, nein, nur wenn du schreist. Ne, passt. Ich hab Holli getötet. Er war Inno. Ich hab die Mailgun von ihm. Dann mach ich mich halt leiser. Es tut dir leid. Bleib so. Zombies kann nicht leiser machen. Ich stell dich leiser. Sonst ist es zu leiser bei mir, genau. Okay. Zombie, siehst du mich? Ich hab den Trailer. Ich seh dich. Okay. Bist du sicher, dass du den Trailer umgebracht hast? Wer lebt noch? Ja, ich hab ihn identifiziert. Ich hab ihn identifiziert. Okay, okay. Ich hab ihn identifiziert. Holli. Ja, Manu mal wieder. Wo ist der? Der ist, der ist. Ja, ist okay. Ich stell dich gleich leiser. Achso, hier ist Olaf übrigens noch tot. Das Hollis Leiche. Hast du keinen Radar, wo du ihn siehst? Soll ich mir ihn kaufen? Ja, kann ich machen. Mach mal. Wäre ne Idee. So, an und für sich fände ich das gut. Ja, der ist unten am Strand. Alter. Ich hab noch keinen getötet. Lass mich doch einfach leben. Was für ein Opfer du bist, Alter. Was für ein Traitor-Opfer du bist. Oder hab ich einen getötet? Was für ein Traitor-Opfer. Da oben bist du doch. Nein, das Zombie. Boah, pass auf. Pass auf, Junge. Da hinter uns. Hinter uns, okay. Ich dachte, wir sind am Strand. Gut, aha. Aha, aha, aha. Hast du den? Nein, ich hab ihn ein bisschen angeballert. Ja, echt, ey. Mann, ich treff nicht mit so AIDS. Hab dich. Toll. Und in der Sekunde hab ich auch Zombie getroffen noch. Ich weiß, der wäre dann gestorben, wenn der Schuss so angekommen wäre. Ja, ja, ja. Wettest du, wettest du? Dann sagt er, nee, der ist im Schuss gestorben, dann ist der Schuss ungültig. Schuss. Ungültig, ja, ja. Das ist echt so, oder? Ja, das ist richtig behindert. Ich bin gerade neben der Sekunde auch runtergesprungen. Wolltest du mich auch runterwerfen? Ich weiß, ich wollte ihn doch runterschubsen. Aber ich bin gesprungen davor, oder? Könnt ihr den nötigen? Ja, wie der da oben dann saß, Alter. Wieso? War Usauf Traitor? Nein. Okay. Oh, Mann. Ich hab mich doch selbst umgebracht, um ihn zu beweisen. Ich wollte mich sogar danach selber umbringen, aber dann kam Hollywood und hat mich angeschossen. Irgendwie ist die Deagle nicht mehr so cool wie vorher. Damals. Die hat sich verändert, ey. Die hat sich gar nicht geändert, glaub ich. Doch, irgendwie schon. Und die M4 oder so ist viel besser geworden. Ich glaub, du hast dich verändert. Ja, stimmt. Echt mal. Die M16 wird besser gemacht. Das stimmt. Die wurde besser gemacht, ne? Ja, die hat einfach weniger Counter-Strike gespielt. Ja, die macht halt keine Patch-Notes, wenn da was ändert. Ja. Echt? Ja, ich wollte nachher. Die M16 ist übrigens dreimal so stark wie vorher. Ich ja echt so mitten in der Runde. Übrigens, die äh... Waffe, die Speer hat der Nutzer, die ist besser geworden. Nur so zur Info, ne? Hallo. 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 Geh mal weg da. Ja, bitte. Geh mal weg da. Ich möchte 100% Schaden. Was dann weg? Hallo, guten Tag. Willst du mal? Oh ja, soll ich mich wieder runterstützen? Ja, warte. Komm, wir spielen zusammen. Komm, wir sprechen zusammen. Trefft ihr mich? Hab ich hier in München, Delay? Hab dich gesehen, Delay? Geh weg. String's bitte vor. Nein, nein, nein. Osav, du stehst hier unten. Spring auf mich, Osav. Darin? Da bist du. Ich wär mit dir ein Mädchen. Hier. Delay. Ich hab dich... Ja, ist dann nicht. Nö. Alter, nee. Du hast immer gestorben, wollte ich bestrafen. Wenn du drauf stehst, dann bekommst du es nicht. Osav wollte auf mich springen. Hallo. Da hier ist die Leiche, die Tektor. Ach. Ich hab hier Storkar, ich hab ganz andere Probleme. Was ist denn da? Okay, okay, okay. Wie ist der gestorben? Ich mach eine Rauchgranate damit... Dario. Er wollte auf mich springen. Dario, halte dir immer vor Augen, ich bin es nicht. Okay. Das ist mein Leibfaden. Nein, die geh ich nicht mit. Jetzt kann ich die Leibfaden. Mahnung ist das nicht. Warte, wenn du schon dumm runterspringst, dann kann ich auch stompen, ne? Komm schon. Wer will denn hier dumm runterspringen nochmal? Osav wollte mich doch schon stompen. Ja eben. Da oben im Turm ist übrigens noch wer. Das macht mir Sorgen. Ja, ich bin im Turm. Was machst du da? Ich wollte mit Osav runterspringen, aber dann wollte er aufs Zombays Kopf stattdessen springen. Das fand ich dann traurig. Ich hab Zombay bevorzugt. Delay. Wie geht's dir? Ich bin hinter dir. Ach, das ist Holly. Delay. Delay. Ist dir ne Waffe ne besser? Ey, Maudado, Maudado. Maudado. Ich verzeihe dir, Delay. Maudado ist oben im Turm. Ich hab ihn getötet. Holly geh weg, Holly geh weg. Komm nicht näher. Komm nicht näher. Bist du denn unten oder oben? Okay, ich geh runter. Zompe, zompe, zompe. Zompe, zompe, zompe. What? Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas hat auf mich geschossen. Wer lebt da jetzt noch? Holly hat auf mich geschossen und er ist abgehauen. Ja, ich hab doch nicht. Ich wusste. Ich glaube die Farmers wurde auch verstärkt. Was ist denn einfach mich? Bitte? Du hast mich einfach getötet, als ich gesagt hab, Holly. Ich hab dich? Ja. Nee, das war Maudado, der war hinter dir. Ich hab dich getötet. Echt, Maudado? Ich hab Maudado getötet. Von der Schrotflinte von Maudado steht hier. Echt? Ja. Das sah aus, als wenn du mich auf einmal von hinten getötet hättest. Der war direkt unter dir. Nein, nein, ich hab gewartet. Hätt ich's dann geniert doch nach der Runde noch. Vielleicht hab ich jemanden aufgeschossen. Ich fand das gemein, ich wurde von beiden Traitern zusammen ausgetrickst. Ja. Ich wär nicht mit runter gesprungen. Oh, Mann. Aber ich war auch Traitor. Ja, und ich war der anderen, sag spring auf mich. Ja. Oh, Mann. Der arme Rosa, der ist so naiv. Die könnt ihr nicht so ausnutzen. Los, spring auf meinen Kopf. Ja, ja, spring. Spring ihm auf den Kopf. Das wollt ihr alle doch schon mal. Ich bleib auf jeden Fall stehen. Mann, er lacht nicht über mich. Die lachen doch immer nur mit dir. Genau. Ich hab den Treffenkampf mit Holly gemacht. Genau das. Ja, weil die Farmers auch gesteckt wurden. Die lachen mit dir, du Vollidiot. Ich hab aber nicht die Farmers gemacht. Ja, die Farmers wurde nicht verändert. Ich hab die MP5 Navy gehabt. Boi, Dardo, springen wir jetzt zusammen. Bitte was? Können wir machen, bis der Traitor. Jetzt ist er, Trey. Ja, echt? Ja, komm, Dardo, komm, wir springen wirklich. Ich bin Detective, ich beaufsichtige das Ganze. Also, ich hab's im Blick. Ja, okay. So ein Arzt, der dabei ist. So ein richtig witzendrücklicher Person. Oh, Osaph, hier. Dr. Bob. Maudado, Maudado. Er hat ihn direkt getötet. Maudado. Ja, 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 ja. Maudado war Traitor. Hab ihn entziffert. Hab ihn entziffert, den Maudado. Oh Mann, ey. Was brauchst du schon wieder, Alter? Keine Ahnung. Wieso ein Fanboy? Das gibt's gar nicht. Ich geh ja schon. Ich war mit dir in München. Maudado hat Osaph totgeschossen. Ich hab an dir gerochen, die Lay. Also ist Tommy der Traitor. Oh Mann, ey. Warum ist jemand? Ne, Osaph ist tot da oben. Hallo, Manu. Deine Mine ist ein bisschen auffällig gewesen. Ey! Wuhu! Das war schon gut. Ich lauf einfach runter und dann legt er so ne Miechen. Ja, mal beides Mal erwischt ihr mich dabei. Ja, mich hat er grad eben auch erwischt. Ich erschieß, Osaph, und dann kommt einfach gleichzeitig die Trette rum. Nein, ich hab's verlernt. Ich hab's verlernt. Ja, aber immer wenn ich die Mine lege, weiß ich, ich leg die mal irgendwo ganz schnell hin und dann... Was machst du, machst du ein Foto? Foto! Oh, da fand ich meine Kamera. Oh! Oh! Oh, das war aber ein schönes Foto. Ist nicht... Ah, ist der F-Movie oder so? Ja. Ey, ich bin ganz woanders gespawlt, als ich sonst baue eine Skyrim. Und verschämt sich. Ja. Genau, er ist einfach mitten ins Gas. Ah, wirklich so. Ja. So, jetzt tue ich euch alle. Der Maudat und Osaph immer jede Runde vom Turm springen wollen. Maudat, möchtest du mit mir vom Turm springen? Ja, natürlich will ich das. Maudat bei TV Total. Oder ProSieben. Ja, ProSieben. Maudat, ich werde dir vom Turm springen. Maudat, ich werde dir vom Turm zu springen. Danke, aber gleichzeitig. Nein, ich bin Detective. Pau, du gehst immer nach oben. Jedes Mal. Ich geh zum ersten Mal nach oben. Hallo? Ich geh immer nach oben. Hallo, Ado. Du springst jetzt. Ja, komm mit. Ich hab Osaph lauter gemacht. Oder next, du wärst als Detective noch was besseres. Ich dachte, ich hätte direkt schossen. Nein, ich möchte... Ich möchte nicht springen. Ding! I don't want a jam. Okay, ich... Oh. Hat jemand geschossen? Ich hab's gehört. Osaph, der Detective hat gerade jemanden getötet. Also keine Panik. Dann töte einfach den Detective. Warte, 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 warte. 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 Bist du auch Detective? Ich bin das nicht. Was hast du denn gesehen von Manu? Hä? Hier verstehe ich gar nicht. Ich stehe doch hier oben. Ich mach nichts. Ich wollte den Turm runtergehen. Da unten läuft ja, da unten läuft Holly. Ja, ich, 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 weil ich hab geguckt, weil ich hab hier so ein Sniper-Schuss gehört. Mega viel Blut. Delay. Weil niemand außer dir die Slam benutzt. Ja. Was? Ach, da hast du Slam gefunden. Hab ich nichts explodieren gehört? Weil ich nicht reingetreten bin. Ja, ich schieß! Wuh! Au! Das ist ne Slam. Okay, Holly hat sie gelegt. Boah, wie gefährdet ihr das denn? Manu? Aber du bist doch hier Zombie. Hier ist der Slam. Ich bin über die Slam drüber gesprungen. Hab sie deaktiviert? Hab sie deaktiviert? Okay. Jemand hat sie deaktiviert? Schön, dass du uns nicht warnst. Ich werde fast reingelaufen, Zombie. Hä? Ja, Mannu! Du hast mir nicht die genauen Koordinaten gegeben. Ja, auf der Treppe beim runterlaufen. Ja, Zombie ist es. Töte, Zombie. Töte ihn einfach. Ja, ich hab ne Slam gelegt. Manu ist es. Holly darf ein Geräuschchen. Ja, ich weiß nicht. Holly überlegt. Ich überleg grad, wenn ich töte einen Zombie. Holly denkt. What the fuck? 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 Ich hab ne Slam-free weggelegt. What the fuck? Also kaputt gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wem ich vertrauen soll. Aber hier liegt ne Melone neben mir. Warte, Zombie, Zombie. Ich weiß jemand, da oben im Turm hat jemand ne Panzerfaust gehabt. Aber ich hab nicht gesehen, wer das war. Die Panzerfaust ist der Melonenwerfer. Ja, 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 ja. Oh, guck mal auf den stur. Geil, guck, 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 guck. Gib, 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 gib. I am Sceadman. Nein. Oh fuck. Oh! Ha ha! Hat er jetzt wieder nachgedacht? Oder ist er gestorben? Warum liegen hier überall Slumgranaten? Was ist hier los? Mann, warum läuft dir da keiner rein? Oh, Alter. Nee, also habe ich mich jetzt neutral gefragt. Verstehe das aber echt nicht. Das ist nämlich auffällig genug. Habe ich mich jetzt neutral gefragt? Das war das Dümmste, was ich mir jetzt gehört habe. Ja, WTF, sonst würdet ihr ja denken, dass ich Traitor bin. Manu. Ja? Ich habe eine Waffe gefunden. Okay, gut zu wissen. Naja, jetzt kann ich schießen. Ja, willst du mit Waffe? Mit Laktose. Nee, Fructose. Sorry. Laktose ist die Milch. Ah. Warum gibt es keine Milchwaffe? So eine Käsewaffe wäre cool. Nee. Ich mag Käse nicht. Oh. Wie viele Schüsse hat der noch? Einen hatte ich nur. Ich muss nachladen, warte. Mann, mit einer Shotgun auf der Distanz, ey. Leb doch dein Leben, Mario. Mach ihn fertig. Ich warte mal hier, bis du in die Welt gekommen bist. Mann, mit einer Shotgun mit vier Leben. Was soll ich denn machen im Leben? Manu, du hast Holly getötet, ne, oder? Boah, ich lauf noch in die Slam. Ich lauf noch rein. Ja, ich dachte schon, meine Melonen hätte den getroffen. Das wäre mega krass gewesen. Ich habe Maudado getötet und ich bin stolz. Meine Vermutung war richtig, dass die Lea auch Traitor ist. Wer runtergesprungen diesmal, wenn du runtergesprungen bist? Ja, da war ich auch die Texte-Fahr. Oh, da liegt ja eine Slam-Granate. Oh, schade. Die ist nicht mal losgegangen beim ersten Mal. Anscheinend ist man, wenn man die Treppe runterläuft, so weit oben. Okay, Maudado, jetzt bringen wir uns wirklich um, okay? Bin immer auf Toilette, also nicht wundern. Warte, warte erst mal, ob ihr weiter werdet. Ja, aber ich vorhin, ne? Da bist du ja auf Zombie gesprungen und nicht mit mir runter. Genau, ja, genau. Schieb's jetzt wieder auf Zombie und mich. Nee, wer denn sonst? Wer soll's denn sonst sein? Über auf mich. Jetzt spring ich doch nicht mehr runter, ne? Zombie hat damit nichts zu tun, du bist ja auf den Vertrag eingegangen. Ne, Maudado, ne. Den, 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 den. Jetzt hat auch kein Battle-Feed mehr mit dir. Ja, okay, wir springen runter, okay, wir springen runter jetzt. Doch, wir springen jetzt gemeinsam runter und vertragen uns dadurch. Ich spring jetzt auch kein Battle-Feed mehr mit dir. Was? Ich bin der Mann im Haus. Damit kann ich leben. Ich hasse Battle-Feed. Ich wohne in dem Haus. Willst du auch in meinem Haus wohnen? Ja, kommst du, Usavt? Willst du nicht in meinem Haus wohnen? Äh, ich bin... Oh. Oh, Usavt. Du willst nicht in meinem Haus wohnen? Ich bin erwartet. Und dann tötet er mich. Leute, wenn ich jetzt sterbe, ist es Zombie. Auch wenn ich in 10 Minuten sterbe, ist es Zombie. Und wenn Zombie ja nicht der Nix stirbt, ist es Zombie. Usavt, Usavt, komm mal her. Usavt, komm hoch. Schau mich nicht so an. Ach, Usavt. Wieso willst du mich taisern? Oli ist nett. Ich wollte für dich stecken, Usavt. Stop, Zombie ist es. Vermut' ich mal. Ich trag die Leiche einfach so mit mir rum. Ja, ich überprüfe mich. Manu wollte nicht in meinem Haus wohnen. Ich hab ihn natürlich gezwungen, dass er bei mir im Haus wohnt. Was ist mit Delay los? Der steht nur rum. Hallo, hier. Aber, aber Manu hat ja recht. Ich hab ein Geschenk mitgebracht. Als Versöhnungsgeschenk. Ich will nicht, dass du auf mich schießt. Nein, du wirst mich dann umbringen. Du bist wührend. Nein, lass es. Oh Gott, oh Gott. Nein, wir schossen. Was war das? Achso, die Sandgun. Warte. Sind irgendwie alle Tote? Warum sind also Manu tot? Kauft mal nochmal Sachen, A mit C. Ich bin explodiert. Warum sind alle so still? Ja, der schießt da. Ja, irgendwie hab ich das Gefühl, das leben nicht mehr viele. Irgendwie nicht. Hier liegt doch ganz viel Blut. Vielleicht sind alle tot. Die Reiche. Aber Holly ist tot. Nee, ich seh grad mindestens vier Leute auf einmal. Holly ist tot. Die sind alle tot, irgendwie. Außer du. Ich war auf K die ganze Zeit. Ich hab nichts gemacht. Dann muss es doch Zombie sein, oder? Ja, es ist Zombie. Zombie ist es. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh nein, oh nein. Du tötest mich nicht. Du tötest mich nicht. Wo ist der? Manu greift mich an. Hä? Okay, also es ist nicht Ursaft. Zombie ist tot, ne? Der war Traitor. Zombie ist immer tot. Okay, wo bist du? Ich bin unten. Ich sag's nicht. Du bist Detective doch, ne? Nee, du bist nicht Detective. Doch, ich bin Detective. Glaub mir. Nein, Mann. Ich bin Detective. Alter, ich... Lass mal einmal weg. Der Ursaft hat mir vertraut. Ja. Wo bist du? Das würde der echte Detective niemals fragen. Der echte Detective wüsste das. Noch gleich mit dem Heel Station geben. Wo seine netten Menschen sind. Viel Spaß beim Besuchen. Äh, danke schön, danke schön. Habe ich auch. Bitteschön. Habe ich da noch? Ja, ich habe noch. Was hast du noch? Äh, ich... Der Detective hat mir einen Auftrag gegeben mit seinem Tod. Ach, ich dachte, du bist der Detective. Hä? Ja. Bin ich ja jetzt auch. Ja, das wird vererbt. Das war der Auftrag. Der Titel des Detective. Ach so. Beziehungsweise Ursaft ist nicht wirklich tot. Das ist nur... eine Finte. Oh mein Gott, wo? Ich bin blind. Ah, da! Oh, nee. Ja, wow, Dato. In so einem ganz schmallen Gang. Es gibt nur einen Ausgang und einen Eingang. Ja, ja, ich war ja schon draußen. Ja, ja, war ja so. Ich war Dato auch einfach nicht mal in den Tunnel nach rechts gucken, wenn er da durchgeht. Ja, ja, ich hatte ja einen Punkt auf meinen Lager. Nee, ich hab dich ganz knapp verpasst. Ich hatte ja mal einen Punkt auf meinen Lager. Moldado ist nix, weil ich dich einfach direkt am Anfang. Mit tödlichen Lachen und nicht über den Stunngallen versuche ich mich. Ja, tut mir leid. Dann nimmst du dich ja auch noch weg. Nee. So, ich hab dich da reingelegt. Nein, das war nur eine tote Hülle. Egal. Dann hat er eine tote Hülle eben in meinem Haus. My dead corpse. Nee. Die ist sowieso angenehm, hat die labert nicht die ganze Zeit. Boah. Das stimmt. Das stimmt. Ob ich dachte, in Let's Palis muss man reden. Nö. Der größte Urglaube des letzten Jahrhunderts. Ja. Glaubt ihr eigentlich, es gibt schaube Menschen, die uns gucken? Äh. Gab's bestimmt schon. Wenn die Lippen lesen können. Alle blind. Ja. Nur mit Facecam. Wenn du keinen Facecam machst, dann bist du behindert. Ich hasse dich, Maudado. Der Pest. Ich mach hin. Alter, aber er rastet aber aus. Das ist Osa. Okay. Osaft hat zuerst geschossen. Osaft hat aber zuerst geschossen. Ich weiß. Wichtig. Deswegen wurde ja auch keiner bestraft. Keine Aggression. Aber danke, dass ich jetzt Minuskarme habe. Danke, dass ich... Bisher wurde niemand bestraft. Ich hab draufgehauen. Er war Traitor. Maudado war Traitor. Osaft hatte recht. Aber warum? Okay. Keine Ahnung. Random Killer. Nee, er hat ja nicht leben. Ich hab mit der Brechstange einmal draufgeschlagen. Komm, bleib stehen. Random Killer. Bleib stehen. Hey. Holy Moly. Aua. Warum hat... Holy Macaroni. Das war ich. Nein, nein, nein. Das war er. Achso. Ähm, Dieter, wie weißt du, wenn du vielleicht mein Haus in Ruhe lässt? Danke. Dein Haus plötzlich. Au. Warte mal, warte mal, da schieß irgendjemand. Sorry. Der Detective schießt alle ein bisschen an. Sorry. Achso. Habt ihr Schaden davon mögen? Aber nur ein bisschen. Oh, hey. Leute, wie viel Leben habt ihr noch? Ich hab 91. Komm, komm, kämpf in Ruhe. Ich bin 91. Nee, ich hab echt 91. Ich bin echt 90. Ich bin... Äh, 91. Ja, Holy oder Delay. Ihr könnt doch gegeneinander kämpfen, ne? Achso, achso. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, wo ist denn der Delay? Das verraten ich dir jetzt nicht. Tötet euch. Tötet euch. Ich will taktischen Vorteil mir jetzt ausmalen. Du bist doch im Turm irgendwo gewesen. Du bist doch irgendwo im Turm gewesen, mein Lieber. Okay, ich hör Dario. Holly ist es nicht. Holly, Holly ist es nicht. Dario ist so ein Arschock, der muss es sein. Die Wärme in meiner Stimme, die Leute. Alter, ich spiel nie wieder mit euch. Ich bin auf jeden Fall nicht Traitor. Siehst du? Hä? Das klang ja voll authentisch. Zombie ist tot. Oh! Ja, weil da oben, da oben auf dem Turm. Ganz oben auf dem Turm. Überhaupt nicht. Geh doch weg! Du hast ihn weggesniped. Du hast ihn weggesniped. Gibst du. Und er hat sich weggeportet, ja. Oh nein. Denn du hast jetzt gerade Eno gewesen, hättest du geschrien, ich bin's nicht, ich bin's nicht, anstatt einfach wegzugehen, dich wegzuporten. Aber ich denke, das war offensichtlich. Hä? Wenn ich Eno bin, da portet ich mich immer wegzuport. Nein, auch als Eno hätte ich mich geportet. Holly, lebst du noch? Ja, ja, ich bin hinter dir. Da warst du gerade. Da warst du gerade. Holly, äh, schnauze. War der größte Fehler. Das ist der größte Irrglaube, dass Holly inno ist. Ich hab DTT verlernt. Nicht, dass man in Let's Play gehen muss. Ja, ist auch schwer. Da hinten, geradeaus. Komm, folg mir. Da ist er doch, Mann, da ist er doch. Da ist doch der Dude. Hab's doch gerade aktualisiert, du lügst. Mann! Du warst der Traitor. Da ist er überhaupt nicht. Ich hab dich einfach nur einmal mit der Brechstange gestreichelt. Ich hab dich einfach nur einmal mit der Brechstange gestreichelt. Ich hab dich einfach nur einmal mit der Brechstange gestreichelt. Wie kannst du nur Maudado anschießen? Du wusstest doch gar nicht, ob er Traitor ist. Okay, gut, GG. Ja, hier müssen wir schon Familienfäde da. Die Maudadianer gegen die Osaftianer. Hä? Ich hab Osaft kein eigentliches Mal umgebracht. Der Mongo-Bürgerkrieg. Ich rebelliere gegen den großen Führer Maudado-LP. Was? Was ist denn aus dieser geworden? Falt ist gekommen. Ich muss mich erheben. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ja. Och nein. Woll ich mich erheben? Wäre das jetzt Absicht gewesen? Wäre das so cool gewesen? Wäre das so cool gewesen? Wäre das so cool gewesen? Maudado, wo bist du? Komm her. Ich wurde gerade von Manu schon angeschossen. Warum ist hier unten im Blut? Ja, das ist mein Blut. Mein Blut. Das Blut ist echt Maudado. Hier sind überall Disco-Mauds, ist gerade schon jemand gestorben. Ja, ich hab's handbekommen. Ich hab die Tür weggeschoben. Oh, was hat denn mal auf hier? Entschuldigung, ich hab nur die Tür weggeschoben. Gehen wir weg hier. Was ist denn eine Shield-Gun? Bitte was? Damit kannst du dir einen Shield machen. Das kannst du gedrückt halten, aber du kannst dabei nicht schießen. Hä, wo ist denn der Typ, der mir gerade gefolgt ist? Kannst du zum Beispiel, wenn du eine Medical Station stellst, und du schiebkackt, der muss dich heilen und beschützt sein. Okay, verstehe. Trommel ist es interessant. Na, ich such gerade Usaft. Usaft ist eine Brücke. Kamera, Kamera. Nein, hör auf damit, du hast es nicht gesehen. Kamera, Kamera, findet sie. Macht sie kaputt. Ich hab sie schon. Wenn jemand die Kamera aufstellt, wechseln alle die Waffe. Also wenn jemand die Kamera aufstellt, wechseln alle die Waffe. Deswegen wissen wir immer, dass eine Kamera benutzt wurde. Aber ich weiß nicht, wo. Hallo Usaft. Ich werde es nicht weitergeben. Usaft schießt auf mich. Ja klar. Ich zeige sie so mega offensichtlich. Ich wollte es auf mich schießen. Usaft und Maudado schießen sich wieder gegen solche. Ich wüsste mich nicht. Ich wüsste mich nicht mehr ein. Ich bin hinter dir nicht erschrocken. Usa, such ihn, ich hab ihn getötet. Was sind die denn? Achso, ich untersuche ihn. Da. Eno. Eno. Oh, verdammt. Okay, Maudado ist oben auf dem Turm, er hat ihn erschossen. Ja, aber er hat zuerst auf mich geschossen. Ich glaub nicht, dass er es ist. Es ist Delay, es ist Delay, Delay und Manu. Warum bin ich es? Weil Maudado glaubwürdig Nein gesagt hat. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Okay, wir haben's abgeschossen. Ich schieß Maudado auch nicht an. Mit einer Schrotflinte. Es ist Delay. Ich habe keine Schrotflinte, ich habe nur eine Crowbar. Da liegt die Kamera. Du kannst die Kamera wieder aufheben, Holly. Was? Ja, die kann man wieder aufheben, wenn die ein Poli geht. Oh Gott, warum ist der tot? Du Saufen. Es ist... Manu? Nein, ich bin's nicht. Ein Tratter muss schon tot sein. Zumal ist jetzt tot? Gott. Ein Tratter muss schon tot sein. Ich bin Detective. Also Manu ist es auf jeden Fall. Ich bin es nicht. Äh, Maudado tüttet die anderen. Ich bin Detective. Ich spring vom Turm, ich spring vom Turm. Was ist, wenn Maudado Tratter ist? Ich spring vom Turm. Maudado ist es nicht. Das sind die beiden, Holly. Glaub mir. So oder so verlieren. Wir werden so... Ah. Oh, ich habe es verlernt. Ja, dann ist es Maudado oder Zumal der Letzte. Ja, Zombie schießt. Zombie schießt auf mich. Zombie ist richtig cool, ne? Findest du richtig cool, Leute anzuschießen? Ja. Nutz gerne Waffen. Oh, keine Munition mehr. Tja, jetzt ist die Frage, ob es Maudado oder Zauber ist. Beide. Vernichtet Maudado LP. Du bist tot. Wir müssen Maudado LP stürzen. Oh, warte. Die Schreckensherrschaft des Mächtigen Maudado. Ich bitte nicht töten. Maudado Dodi-Dado ist... Ach, jetzt bin ich wieder da. Ich muss enden. Oh, Gott. Ein Zontro. Ein Zehnteschock. Ja gut, ich renne jetzt einfach weg. Die fünf Minuten, okay? Das hat alles keinen Sinn mehr. Also ich möchte die Behauptung aufstellen, dass Zombie der Traitor ist. Und Maudado gerade wegrennt. Zombie ist tot. Ich habe ihn schon umgebracht. Also möchte ich die These aufstellen, dass Maudado der Traitor ist. Kann das sein? Oder lebe ich da eine Lüge? Du liegst da ein bisschen falsch. Oh, verdammt. Oh, Gott. Ich hätte so gedacht, es hätte zerquetscht worden. Manu stellt sich einfach rein und merkt dann, oh, der ist gar nicht da und geht ganz schnell raus. Alter. Alter. Ja, jetzt verdächtigst du mich nicht mehr, ne? Ne? Doch, ich habe euch beide von Anfang an verdächtigt. Ich habe dich verdächtigt, Maudado. Ja, Maudado war es ja auch. Ich habe ihn getötet, jetzt ist die Runde vorbei. Zufall, ich denke nicht. Ich supporte das. Das war schön, Manu. Boah, ich versuche mal, überlebe von oben. Ich springe jetzt vom Turm runter und werde zu überleben. Das ist jetzt mein Stunt. Wer hat meine Cam abgeschossen? Ich. Das war dafür getötet. Ja. Das war eine Sachbeschädigung. Und warum hast du das getan? Einfach so. Ja, richtig. Er ist so ganz nobel. Na, Leute, ich mache schon nichts. Also, ich sage euch nicht, wo die ist. Ja, ich sage euch nicht, wo die ist. Ich mache sie. Aber dafür schieße ich sie ab. Ja. Richtig. Wusste ja nicht, dass es dein Masturbations-Eckchen ist. Ja, sorry. Was ich dafür... Ne, jetzt mach ich ein Schild hin. Geil. Oh, ich will mal zusehen. Boah, ich wollte jetzt den Hut vom Kopf schießen. Mach nicht in den Stunt, keine Sorge. Dario. Bin ich so wie Maudadu. Hau ab jetzt. Jetzt ist da unten ein Feuer. Wer guckt? Da auf der Brücke. Ich kann es abwarten. Ich stun mich. Ja, und dann trifft er nicht. Geil. Warte, stun mich hier. Ich spring doch sowieso, Osoft. Nicht mich hauen. Warte. So. Ich spring doch wieder so. Okay. Bring. Lässt es? Bitte nicht schreien. Bitte nicht. Ja, mach. Los, spring. Osoft, probier jetzt zuerst. Okay, Osoft hat gefällt und jetzt bin ich dran. Hä, wo willst du denn landen? Okay. Alter. Deiner sehr mit dem Melan-Gun. Holly ist es. Holly, tötet Holly, tötet Holly. Was? Du hast die Melonen-Gun. Wir sind noch am Spawn. Ja, ja, ja. Wie in Varro. Spawn. Oh, mein. Ja, meine Excel ist so eben, ne? Was dieses Experiment jetzt soll? Hä? Hast du nicht mitbekommen, wie ich neben dir gestorben bin? Nein, ich hab nicht gestorben. Wie David auch nicht gecheckt hat, dass der Typ, der vor ihm gestunnt wurde, gestorben ist. Hab ich auch nicht mitbekommen. Das sind einfach alle direkt, die gestorben. Ja, ich war abgelenkt durch Holly bei der Sache. Aber könnt ihr mal erklären, was der Stand soll? Was sollte denn passieren, Zombie? Hä? Ach so, wenn man auf Kanten landet, dann kriegt man eigentlich den Fallschaden, aber ich bin auf der falschen Kante gelandet. Ach so. Du musst auf noch einer schrägeren Kante landen. Ich probier's nochmal. Hoffentlich bin ich dieses Mal nicht Traitor. Ja, das wär sehr nett. Ach, du warst Traitor oder so? Ja, ja. Oh Mann. Oh Mann. Ich setze mich wenigstens durch. Ich mach nicht Eier ein auf Maudado und Osef, die da feige werden bekommen, die kommen zu Traitor. Ach, die dann denken, ich bin Traitor jetzt da, wenn ich sterbe. Ja, Maudado ist so richtig feige. Feige Dado. Jetzt töt' ich dich. Ja, versuch's. Feige Dado. Ja, aber gut, du wirst auch versuchen, mich zu töten. Die ganze Zeit töten gegenseitig. Oh Gott. Ah, erst Versuch. Erst Versuch. Erst Versuch. Oh, hier ist Blut. Hier ist aber keine Leiche. Er war Detective. Oh. Du hast dich getötet? Ja klar, er wollte mich hier töten. Ja, und er ist die Detective. Hallo Holly. Ich mein, ich will mich auch werden, aber irgendwie. Hör auf. Ich will durch nach oben. Hör auf, Mann. Alter, sind schon wieder alle tot? Ich bekomme wieder nix mit. Ich hab nur Usab getötet. Ja. Es ist Holly oder Manu sind es, weil die gerade irgendwie eine Auseinandersetzung haben und es jetzt still ist. Und Manus letzte Worte waren, hör auf. Also, es ist wahrscheinlich Holly. Aha, Holly. Okay, wer ist jetzt gestorben? Ah. Ah, ah. Au, oh Gott. Holly schießt er auf mich. Holly schießt er auf mich. Ja, Überraschung. Warte. Ich hab ihn. Surprise. Wo ist der? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Jemand anderes muss noch leben. Ich hab ihn umgebracht. Okay. Ja. Hä, aber Manu war der Traitor. Nicht? Ja, aber weißt du, wie Tom May gestorben ist? Holly war doch gar kein Traitor. Du hast ihn getötet. Hä? Nein, er war Traitor. Hä, ich hab gerade einen Traitor untersucht. Warte, ich schau nochmal nach. Jetzt bin ich selbst verwirrt. Ach, das war Manu. Ich hab Manu. Ja eben. Ja, okay. Aber der war Traitor. Ja, der war Traitor. Ja, der war Traitor. Ja, du hast der Holly, weil du Holly gesagt hast. Aber du hast gerade den Tod von Holly confirmed. Wie ist Holly gestorben? Geh weg. Geh weg. Manu. Manu hat ihn wahrscheinlich getötet. Und das werden noch immer alle angezeigt. Confirmed, der hat einer. Ja, hast du einen Radar? Vielleicht hat er einen Deathfaker. Dann dürfen wir ihn trotzdem auch im Radar sehen. Ich bin Inno. Ach, du bist nicht Detective. Ich hab gedacht, du wärst Detective. Wir müssen die letzte Leiche finden. Erst dann kann ich dir trauen. Okay. Ich suche dich. Du bist es eh. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich geh an den Strand. Vielleicht ist er ertrunken. Oh Gott, du machst mir Angst. Du könntest Traitor sein. Hast du irgendwas getan, was dich nicht zu Traitor macht? Nein. Hab ich nicht. Jetzt geh weg. Weh, du zielst auf mich. Weh, du folgst mir noch einmal. Los. Ich hab richtig Angst. Such Zombie. Ach, Zombie ist es? Der noch fehlt? Ja, okay. Also, ich weiß nicht. Er will als Einziger nicht als Boot angezeigt. Der ist eh gestorben, weil er sein Experiment machen wollte. Du bist das. Du läufst mir nach, Maudalo. Ja, weil du Traitor sein könntest. Jetzt töte mich doch endlich. Nein. Geh weg. Los. Geh vor. Ich folg dir. Nein. Ich bin immer hinter dir. Je nach Zeit. Noch einen Schritt näher und ich töd dich. Einen Schritt näher und ich töd dich. Oh Gott. Hau ab. Oh Gott. Okay, okay. Ich hab dann wieder gewartet, du denn, ey. Ja, ich hab dir gedacht, vielleicht glibst du es mal, aber er guckt die ganze Zeit. Voll, gib Psycho-Spielchen. Ich, ich wurde, ich wurde einfach zermatschen und ich hab mit Maudalo runterfallen. Oh Gott. Maudalo? Ich hab dir am Anfang in den Kopf geschossen. Richtig komisch. Maudalo, ich hab dir am Anfang in den Kopf geschossen und es hat nicht funktioniert. Ach, da lag Zombie. Ich bin an dem Vorei. Garry's Mod-Engine. Ja, bist du. Ja, aber ich guck gar nicht nach. Ja, doch, du hast dreimal auf die Leiche sogar drauf gezielt. Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Ja, hätte er reingeguckt, hätte ich ihn getötet. Ach, ja. Genau. Dann auch. Hätte ich's auch bestimmt geschafft. Ja, an der Leiche Stelle hätte ich ihn sowieso schon tausendmal getötet. Maudalo rennt ihm die ganze Zeit so hinterher und Maudalo rennt ihm die ganze Zeit so hinterher und Maudalo, bitte, 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 ich will dich schießen. Maudalo, bitte, ich hab kein einziges mal bitte gesagt. Ich versuch die Kämpfe zu umgehen, so wie es geht, weil die ich immer verliere. Okay. Wie ein Weichheit. Ja, immer bitte, 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 bitte. Ich bin mein Traitor-Kollege, deswegen hab ich gedacht, ich hätte, Olli wär am Fall. Ich dachte auch, äh. Das ist anstrengend. Ich bin Detective. Osav, Osav, schießt du wieder auf mich. Ich hab Osav getötet. Okay, Osav hat mich getötet. Oh, Mann. Spannende Runden für, für Osav. Ich hab Vögel abgeschossen hier oben. Okay, Traitor. Töte Tolli. Ich bin Detective. Ich bin Detective, ich, ich bin Detective. Ich bin Detective, ja, okay, du bist jetzt tot, Digga. Hier liegen zwei. Oh, schossen, sorry. Hä? Zombie, Zombie muss es dann, Zombie ist es, Zombie schießt mich an. Okay, nur to play. Detective, ich bring dir Punkte. Okay, sehr gut, sehr gut, bring sie mir zum Turm. Turm Saur uns. Alle, alle anderen verpisst euch mal von da. Widernehm. Ja, danke. Uh, Punkte. Ähm, warte mal, zwei sind da tot, ne, drei sind tot. Ja, ich bin verwirrt. Oh, danke. Jawohl, eigentlich eindeutig, Dario ist es. Brauchst du eine Health Station? Nö, ich bin voll. Kann ich hier nicht bauen. Mir geht Spitzentöfte. Wollten was Nettigkeit fragen. Richtig Spaß. Okay, Dario, wo bist du denn? Erzähl mal, hol den Radar. Dario, ach ja, schon mal ein Radar. Boop. Oben ist er nicht, oben ist er nicht. Radar hat aktuiert. Oh, Alter, wie schnell hat er sich getötet. Hat war mein Ambo. Töne ich dich und überlebe da. Ey, bot hier gegratet. Irgendwann. Okay, ein, 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 okay, Holly, nee. Boah, was für Hipster, ey. Ja, ja. Komm, Holly, komm. Ihr kennt sie nicht. Was das Problem mit der Autosniper ist, dass sie auch perfekt schießt, wenn man nicht zielt. Normale Sniper in jedem Videospiel treffen wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber die Autosniper in Garrys Mod trifft dann auch perfekt. Das ist ein bisschen scheiße. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Trouble in Terrace Town. Tschüss. Warum habe ich mich jetzt im Task gemütet? Ach, keine Ahnung.